Wir sind bei Detektor ein junges, preisgegründetes Tech-Startup und suchen jemanden, der Lust hat, im Bereich Vertrieb und Marketing zu unterstützen. Wir entwickeln eine Softwarelösung, um Bauteile einzeln rückzuverfolgen zu können. Die Arbeit ist super flexibel. Man kann seine Ideen immer einbringen. Es geht um den Außenauftritt bei uns, geht aber auch um die Neukundengewinnung und um die komplette Strategie unseres Vertriebsprozesses. Vertrieb und Marketing wirken sehr eng miteinander. Man macht in beiden Bereichen immer was. Wir sind täglich in Kontakt durch Meetings. Der Vorteil ist ganz klar, dass man einfach schnell reagieren kann, auf einzelne Wünsche eingehen kann. Wir haben mehrere Preise abgeräumt. Wir können remote, aber auch hier in Stuttgart im Büro arbeiten. Manche von uns studieren noch, manche kommen direkt aus der Hochschule. Wir trinken einfach nach dem Feierabend gemeinsam ein Bier. Wir spielen Wikinger-Schach oder Spikeball. Je nachdem, wie die Person sich weiterentwickeln möchte, gibt es viele Optionen. Hast du Lust bekommen, bei uns im Bereich Vertrieb und Marketing mitzuarbeiten? Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich!